Mir fällt gerade eine Freundin ein, die hat gemeint, ich kenne keine so eine Wahrheitssucherin wie dich. Was war ein Moment die letzten Tage, wo du dich am blendigsten gefühlt hast? Ganz, ganz wertvoll für mich gestern den Living-Compassion-Prozess. Den kannte ich noch nicht und da habe ich eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Diese Arbeit mit dem Schmerz, auch das schmerzliche Dasein lassen mit einer gewissen Akzeptanz. Einerseits Spielspaß, Freude, ganz viel Lachen, herzhaftes Lachen und dann aber kriegen wir es hin, so einen ganz ernsthaften Rahmen zu kreieren, der so eine ganz tiefe Arbeit irgendwie ermöglicht. Mit dem Thema, das ich in GfK-Kreisen schon öfters bearbeitet habe und wo ich jetzt so denke, ja, das war eine besondere Erfahrung. Was in so einem Prozess passiert, das ist oft magisch, ja, als hätten wir alle Zauberstäbe in der Hand, so ungefähr, ja. Eine große Dankbarkeit einfach, dass ich hier bin. Also die Wolfs Show ist immer ganz, ganz wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.